Guten Morgen, Morgen, Bitch, Guten Morgen. Heute fühlt sich genauso an. Meine liebsten Kinder, in dem letzten YouTube-Video habe ich ja gesagt, dass ich ein Date hatte. Ich zeige euch jetzt einen Screenshot in der nächsten Story und ihr werdet gleich verstehen, wie das gegangen ist. Beste! Guck, meine Babys, meine Babys, sie werden immer größer. Oh mein fucking Gott, ich bin so stolz.